Lukas von Zucchini, die ist mit der Leidenschaft. Das ist ja so. Scheiße. Was ist das auch für den Weg? Interessante Frage. Haben zwei Blaulicht-Fahrzeuge trotzdem den normalen Rechtsfahrt? Ich hätte es ja planen. Er hebt Blaulicht auf, also zählt die normale SDF an. Okay. So sehe ich es jetzt. Okay. Es ist echt deppert, oder? Weißt du, warst du bei der Mekki-Kreuzung oder warst ihr? Ich habe jetzt nicht so... Fahr mal normal zu. Ja, man sitzt jetzt verständlich, sie probiert hinten. Jetzt habe ich eine interessante Theorie stellen, von denen fällt man zusammen. Ein ewiger Rechtsstritt. Du hast mich gehört? Nein. Nein. Ja? Ja. Ja. Ja, wo gerade noch einen def natürliche Schuldimer? Die Karte ist in der Karte. Die Karte ist in der Karte. Lachsam! Bleib drauf! Philipp! Fassadigerkante 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 Ja, es ist halt auf der Karte. Fassadigerkante oder? Fassadigerkante Ja, geht schon. Mal den Verkehr halbwegs drücken, oder? Ja, geht schon. 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 Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020